Janik Wenger, du bist Kabino-Begleiter, ich bin alle zu Spanen, erzähl mal deinen Träumbrüfen, ist das komplett, hast du mir vorhin erzählt, aber du hast vorhin ganz etwas anderes gemacht. Also ich habe vorhin Gärtner gelernt, das ist richtig, das ist komplett anders zum Kabino-Begleiter, aber es ist meine Träumbrüfe, ja. Was macht dir jetzt die Prüfe so spannend? Also das, was mich jeden Tag begeistert, ist der Kontakt mit den Gästen, die wir haben. Es sind immer andere Gäste, die kommen und ja. Und hast du immer die gleiche Route, also immer hier Mörrel, Filet und Opschi oder gibt es auch andere Routen, die du machst? Also wir haben ja zwei verschiedene Bahnen, eine Pendelbahn und eine Gondelbahn und da bin ich eigentlich so bezüglich, dass ich auf diesen Stationen arbeite. Also kannst du sagen, es ist nicht jeden Tag wieder andere. Jetzt ist ja Corona gewesen, es ist auch kein Gast, ja, hier in Talitsch Arena kam und er ist mit der Bahn gefahren, es sind ja gar nicht gegangen. Wie ist deine Zeit für dich gewesen? Das war eine sehr spezielle Zeit, weil wir sind ja auch mit nur einer Kabine gefahren, um etwas zu sparen und ja, das ist speziell gewesen. Was hast du in der Zeit gemacht? In der Zeit bin ich als Kabinebegleiter tätig gewesen, auf und ab gefahren und vor allem in einer Gondelbahn auch. Du hast eben gesagt, du warst Gärtner gewesen. Ja, es ist ja doch ganz etwas anderes, Gärtner zu sein oder Kabinebegleiter. Jetzt bist du nur noch rein. Wie ist das so? Ist das nicht anders oder ist das nicht, ja, musst du halt gleich jeden Tag rein? Also am Anfang war es sicher eine Umstellung, dass man in einer Kabine ist und eigentlich nicht in einer Natur, aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Wir haben ein super Panorama während der Fahrt und ich kann es geniessen. Und du selber, du bist von hier in diesem Fall? Ich bin nicht von hier, also ich komme von Aarne, aber ich komme immer gerne hier arbeiten. Und gleich muss man sagen, Aarne und Mörrelfilet, das ist ja eigentlich eine andere Region. Wie hast du dich so aufgenommen? Ist das einfach gegangen hier? Also ich bin hier sehr gut aufgenommen worden. Ich arbeite für ein sehr guter Team und komme jeden Tag mit sehr viel Freude. Wenn jetzt Ebo gleich ein Häufchen von Gästen drin hast und es windet und so, hast du jemals zu teilen im letzten Jahr, auch jetzt habe ich ein bisschen Angst? Ja, also wenn da so ein Wind kommt und so, hat man schon ein bisschen Angst. Aber das darf man halt den gegenüber den Gästen nicht sagen, weil die senden sich ja den Wohlfühl in der Kabine. Und die sind einmal ganz brenzlig geworden in den letzten Monaten? Also ich habe das bis jetzt noch erlebt, dass es wirklich brenzlig ist geworden. Und dann bist du dann trainiert, wenn es so wird oder was hast du dir in diesem Moment weggelassen für diese Parats? Also wenn ich angefangen habe, hat man Instruktionen und wird mich instruiert und dann lernt man das eigentlich, wie man damit umgeht. Wir von Mengesmedia sind ja heute hier in Mörrelfilet. Du bist ja eigentlich auch nicht so stehen da, aber persönlich, was würdest du hier anraten, gehen anzuschauen oder zu essen oder was auch immer? Ja, sicher das Dorf. Das ist ein schönes Dorf, wo man sollte gehen und essen. Ja, vielleicht taubere ins Restaurant, da letztendlich etwas gegessen. Merci vielmals Janik und viel Erfolg für deine nächsten Jahre. Merci.